moin leute was geht ich bin's wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch einen trick zeigen wie ihr eure freunde ärgern könnt falls ihr ab und an mal boxfights zockt mit eurem kumpel dann wird sie bestimmt ärgern wenn ihr immer wieder respawn wenn sie euch töten wie ihr wisst ist man ja eigentlich tot und ja so könnt ihr eigentlich immer wieder respawn und ich zeige euch wie das geht leute als allererstes geht ihr in eine boxfights map rein also ich nehme hier diese box pvp map das ist einfach nur random also ich bin jetzt einfach mal reingejoint wenn ihr beim beobachten seid geht ihr zurück zum zentrum im zentrum angekommen leute müsst ihr auf options drücken und wieder zurück zum zentrum das ganze macht ihr dreimal und falls sie dreimal zum zentrum gemacht habt könnt ihr wieder in diese map eingehen und ihr habt unendlich respawns das heißt wenn ihr getötet werdet dann bleibt ihr nicht tot sondern könnt einfach wieder rein ich demonstriere euch das mal leute wie ich das mein jetzt muss ich natürlich warten bis die neue runde anfängt darum bin ich jetzt so hochgebackt so warten wir machen noch ein paar sekunden so runde vorbei und die neue runde beginnt in fünf sekunden jawohl so leute ich gehe mal direkt da zu dem linken und lass mich von ihm töten so leute ich bin tot und ich müsste tot bleiben aber nein der geist bleibt nicht einfach so tot und respawn wieder jetzt könnt ihr euch eure waffen wieder schnappen und euch rächen gehen so leute das war's für heute mit meinem video falls euch das video gefallen hat schreibt es mir in die kommentare leute und vergisst nicht den daumen hoch zu drücken und wir sehen uns im nächsten video ciao